Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über die ASEN Academy geschrieben, welcher mit 4,7 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Heute möchte ich meine ASEN Academy Erfahrungen mit Mario Reinwand teilen. Die ASEN Academy ist ein digitales Coaching-Produkt, welches sich vor allem an Studenten oder Schüler richtet, die sich ein Nebeneinkommen aufbauen wollen. Generell kann man sagen, dass es natürlich für alle geeignet ist, da man nur sehr wenig Budget für den Start braucht. Was die ASEN Academy genau ist und wer dahinter steht, erfahrt ihr hier. Mario Reinwand ist Entwickler der ASEN Academy. Vor seinem Geschäften im Internet hat er als Zeitungsträger gearbeitet und wollte irgendwann mehr vom Leben. So begann er zu recherchieren und suchte nach Möglichkeiten im Internet Geld zu verdienen. Wie viele andere auch, hat er mit der Beantwortung von Umfragen und dem Lesen von E-Mails gegen eine geringe Vergütung sein Geschäft begonnen, aber das war ihm zu wenig für einen zu hohen zeitlichen Aufwand. Bald darauf fand er das Affiliate Marketing um Menschen, die dies bereits betreiben. 2012 lernte er von jemandem, der die Branche bereits kannte und selbst erfolgreich war. Seitdem konzentrierte sich Mario Reinwand auf den Aufbau von Nischenseiten und das nimmt heute einen großen Teil der ASEN Academy ein. Er hat auch bereits viele andere digitale Kurse auf den Markt gebracht, darunter die Produktformel. Ein Kurs zur Optimist Press oder die Speed Reading Formel, wo man lernt, wie man seine Lesegeschwindigkeit verdoppelt. In dem Videokurs geht es um den Aufbau von Amazon Affiliate Nischenseiten. Der Kurs besteht aus 8 Videolektionen, welche Schritt für Schritt zeigen, wie man auf Amazon mit eigenen Produkten passiv Geld verdienen kann. Die Vision von Mario Reinwand war es nämlich Geld zu verdienen, während er sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Er wollte ein System haben, was die Arbeit für ihn erledigt und ein passives Nebeneinkommen schafft. Wenn man alles richtig macht, ist das auf Amazon auch gut möglich, nachdem man alles korrekt aufgesetzt hat. Die erste Lektion erklärt erst einmal das Geschäftsmodell und in welchem Bereich wir uns bewegen. Amazon und Affiliate Marketing. Wer also ein waschechter Neuling auf dem Gebiet ist und von beiden Begriffen noch nie etwas gehört hat, der wird gleich zu Anfang aufgeklärt. Eine gravierende Rolle spielt das Amazon Partner-Programm FBA. FBA steht für Fulfillment bei Amazon. Kurz gesagt geht es dabei darum, dass man Produkte bei Amazon einstellt und Versand sowie Lagerung von Amazon übernommen wird. Das bedeutet, man braucht selbst nur die Produkte zu bestellen, z.B. bei Alibaba, eben überall, wo es besonders günstig ist, und einzustellen. Mit Titel, Beschreibung und Bildern. Anschließend gilt es, die Artikel anständig zu bewerben. Bei Bestellung übernimmt Amazon den logistischen Aufwand komplett. Die zweite Lektion befasst sich mit der Nischenfindung. Was muss eine Nische erfüllen, damit sie lukrativ ist und wie spüre ich eine solche auf? Die Lektion zeigt weiter, wie man eine Webseite aufbaut und wie man sie korrekt mit Inhalten füllt. Die dritte Lektion begleitet den Teilnehmer durch den Prozess der Domainfindung. Es gibt mittlerweile viele Anbieter, wo man Domains kaufen kann. Mario zeigt hier seine Lieblinge und was man bei den Einstellungen beachten muss. Weiter geht es mit der vierten Lektion und der Installation von WordPress, so wie man das Programm anwendet. Dafür gibt es nochmal eine kompletten interne Kurs zur Bedienung von WordPress. Außerdem ist hier Thema, wie man sich für das Amazon Partner Programm anmeldet und welche Bedingungen zu erfüllen sind. Lektion 5 beschäftigt sich damit in der Traffic Generierung. Wie bekomme ich also Besuch auf meiner Webseite, damit mein Produkt gekauft wird? Die nächsten beiden Lektionen zeigen für Anfänger und für Fortgeschrittene, wie man seinen Inhalt SEO anpasst. SEO steht für Search Engine Optimization und bedeutet so viel wie Suchmaschinen Optimierung. Es geht hier um Schlüsselwörter, welche von Suchmaschinen wie Google besonders hohe Ränge bekommen. Wenn man diese korrekt einsetzt, kann man mit seiner eigenen Webseite ein besseres und hohes Ranking auf Google erzielen. Es werden eine Reihe an Techniken und Methoden vorgestellt, die man als Anfänger umsetzen kann oder aber auch als Fortgeschrittene verwenden kann. Die letzte Lektion behandelt noch diverse Programme, die man in dieser Branche gut gebrauchen kann und zeigt, wie man sie verwendet. Neben den Lektionen gibt es noch Bonusinhalte und Downloads. Man bekommt zum Beispiel ein Tool an die Hand, welches den Nischenbett analysiert und noch mehr. Man erhält den Zugang zum geschützten Mitgliederbereich der ASEN Academy gegen eine Zahlung von 279 Euro. Daraufhin erhält man einen Zugangscode per E-Mail. Man kann auf die ganzen Lektionen jederzeit zugreifen, solange man einen Internetzugang hat. Man kann die Videos selbstverständlich so oft ansehen, wie man möchte. Als ich anfing, etwas über den Kurs zu lesen, um mir die Vorstellungsvideos anzuschauen, so musste ich unverzüglich an das ASEN Startup-Produkt von Flo Marco und Alex Masi denken, da es vom Inhalt her ähnlich ist. Schnell konnte ich feststellen, dass es sich trotzdem inhaltlich voneinander abgrenzt, da es in der Academy mehr um das Drumherum geht und das Startup-Produkt sich mehr auf Amazon konzentriert. Die Bildqualität der Videos ist solide, die Audioqualität hingegen erachte ich als durchschnittlich. Es rauscht an einigen Stellen und es hätte einfach besser sein können. Auch wenn man teilweise sieht, dass er ein externes Mikro trägt, frage ich mich, wie die Qualität da so minderwertig sein kann. Zum Glück kann ich das nur zum technischen Teil sagen. Der Inhalt überzeugt mich durchaus und ist jeden fällig wert. Es gibt wirklich sehr aufwändige Lektionen, in denen man viel lernen kann. Man weiß, wie man eine Webseite erstellt, wie man sie nutzt und es gibt noch einen Extrakurs zu WordPress. Nun gibt es viele Kurse dieser Art. Das besondere hier ist eben die Koppelung an das Amazon Partnerprogramm, wo es viele Möglichkeiten gibt, für jeden mit einem kleinen Startbudget durchzustarten und ein Nebeneinkommen aufzubauen. Also kurz gesagt, Daumen hoch, Ampel auf grün und feuerfrei. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertete dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo vom Produkt-Kenner.de